Wer nachts zur Toilette muss, erhöht sein Risiko zu sterben. Leider. Drei Gründe und drei Lösungen. In diesem kompletten Video werde ich dir genau in Studien aufzeigen, welche massiven Risiken sich in dem nächtlichen WC-Gängen bezogen auf deine Sterblichkeit verbergen und welche möglichen Ursachen es bei dir haben könnte und was man genau tun kann. Also bleib in jedem Fall dran bis zum Schluss, denn jeder Punkt kann dich betreffen und wird dir helfen. Lasst noch schnell einen Daumen nach oben da für den Algorithmus und schreibt mir eure Video-Wünsche in die Kommentare. Los geht's, ich lese jeden Kommentar. Zunächst müssen wir die Dringlichkeit verstehen, diesen Umstand zu beseitigen, denn wie oft man auf die Toilette geht, korreliert proportional mit dem Sterberisiko. Einfach gesagt, je öfter du nachts auf Toilette musst, desto höher ist dein Sterberisiko. Bitte nicht in Panik verfallen, du lebst noch, wenn du das siehst, also kannst du nach dem Video für dich prüfen und was ändern. Dazu möchte ich euch eine Studie zeigen, die diesen Sachverhalt visuell darstellt. Diese wurde in dem Journal of Urology veröffentlicht und beschreibt den Zusammenhang zwischen nächtlicher Toilettengänge und der Sterblichkeit. Schauen wir uns zusammen zuerst die Daten von 20 bis 49-Jährigen an. Wie wir sehen können, ab drei Toilettengängen, hier als die durchgezogene Linie zu sehen, steigt das Sterberisiko schon auf über 10% bei Männern, bei Frauen etwas weniger. Wir sehen einen sehr kleinen Trend, aber auch schon bei einmal nachts auf Toilette steigt das Risiko bereits, auch wenn nur sehr gering marginal. Ab 50 bis 64 Jahren sieht es nochmal anders aus. Hier steigt das Risiko schon auf 40% höheres Sterberisiko allgemein, wenn man nachts ab dreimal auf Toilette muss. Ganz fatal ist es zwischen 65 und 90 Jahren. Dort sinkt die Überlebenschance auf 30% nach 144 Personenmonaten, wenn man ab dreimal nachts auf Toilette muss. Wichtig, das sind Personenmonaten bezogen, in denen gemessen wurden. Die Konklusur der Wissenschaftler lautet wie folgt. Der nächtliche Toilettengang ist ein starker Präindikator für die Sterblichkeit, und zwar bei jüngeren Männern und Frauen stärker als bei älteren Menschen. Wobei das Sterblichkeitsrisiko mit zunehmender Anzahl nächtlicher Entleerungsepisoden dosisabhängig steigt. Zu den möglichen Mechanismen, die dem beobachtenden Zusammenhang zwischen Nykterie und erhöhtem Sterberisiko zugrunde liegen, gehören Schlafstörungen und die nachfolgende Entwicklung damit verbundener Erkrankungen. Also man stirbt nicht direkt an den Toilettengängen, weil man auf einer Bananenschale ausrutscht, sondern eher korreliert die Sterblichkeit mit den einhergegenden Erkrankungen, die die Menschen haben. Und natürlich den Schlafentzug, bzw. der negativen Fähigkeit zur Regeneration. Wichtig, das bedeutet nicht, dass dies auf jeden zutrifft, was hier in Personenmonaten errechnet wurde, für einen bestimmten Zeitraum in der Studie, sondern Korrelationen, die man aber sehr ernst nehmen sollte. Nun kommen wir zu 5 Gründen, wieso es bei dir so sein kann und was du konkret dagegen tun kannst. Los geht's! Ursache Nummer 1. Eine Insulinresistenz. Insulin ist das Hormon aus den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, welches dafür sorgt, dass Zucker aus dem Blut in die Zellen aufgenommen wird. Zur Energiegewinnung. Eine Resistenz entwickelt man dann, wenn der Körper ständig und große Mengen Insulin ausschüttet. Und das passiert, wenn man sehr zuckerhaltige und ballaststoffarme Zuckerquellen frequentiert, das heißt öfter am Tag, zu sich führt. Zum Beispiel beim Trinken von Softdrinks, Cola, Fruchtsäfte, Alkohol oder auch Süßigkeiten. Eine überaktive Blase wurde als Anlass genommen in dieser Studie, um bestimmte Blutparameter bei Frauen zu bestimmen. Die eine Gruppe hatte eine überaktive Blase, die andere nicht. Die Gruppe unterschieden sich sonst nicht statistisch signifikant voneinander. Das ist sehr wichtig, damit diese auch verglichen werden können in der Studie. Worin sie sich aber sehr wohl statistisch signifikant unterschieden, waren die Blutzuckerwerte. Hier die Glucose, das Insulin und die Insulinsensivität. Wie gut das Insulin noch wirkt, als Homa-IR-Wert. Blutfette bis auf das HDL, welches der wichtigste Blutfettmarker ist, hatten keine statistisch signifikante Auswirkungen auf die Frequenz des Wasserlassens. Da wir nun wissen, korrelieren hohe Zucker- und Insulinwerte mit Toilettengängen. Dazu zählen im schlimmsten Fall dann Diabetiker, aber auch schon ein abnormaler Zuckerstoffwechsel, den man so oft gar nicht wahrnimmt, da er schleichend kommt. Der Grund kann sein, dass der Körper bei Diabetes oder einem Blutzucker von über 160 Zucker über den Urin ausscheidet. Bei einem Prä-Diabetes ist dies nicht der Fall, der Körper reagiert aber schon mal so. Eine ballaststoffreiche Ernährung hat hier klare Vorteile, also pflanzenbasierte, unverarbeitete Ernährung. Denn Ballaststoffe erhöhen die Aufnahmezeit von Glucose, das heißt Zucker, im Blut, da die Enzyme mehr Zeit benötigen, durch das Volumen der Ballaststoffe an den Zucker zu gelangen. Die besten Lebensmittel sind sicher Blattgrün wie Spinat, Salat, Rucola, Mangold, Grünkohl und weitere Kohlsäuten. Es sollte doppelt so viel Gemüse wie Obst gegessen werden. Als Obst eignet sich am besten Beerenfrüchte, da diese relativ wenig Zucker enthalten und viele Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe wie Anthuziane beinhalten. Jakon-Sirup mit Y, der aus der Jakon-Wurzel gewonnen wird und sehr reich an Ballaststoffen ist und trotzdem wunderbar süß schmeckt, zeigte ebenfalls in Goldschneidstudien, wenn dieser zu den Mahlzeiten konsumiert wird, dass der Blutzucker deutlich tiefer ausfällt, seht ihr hier. Ich verlinke euch dieses Jakon-Sirup gerne mal in Rohkost, Qualität und in Bio, Labor geprüft natürlich, sowie alles weitere Wichtige unter diesem Video. Sport ist ebenfalls essentiell, man kann keinen gesunden Körper aufbauen ohne Sport, da der Körper nur stärker und widerstandsfähiger wird, wenn er auch benutzt und belastet wird. Sonst wird man immer weiter verkümmern und der Körper immer weiter abbauen. Am besten eignet sich morgens Cardio, um den morgendlichen Blutzucker zu verbrennen und Kraftsport, denn Muskeln verbrennen auch in Ruhephasen viel Energie und erhöhen die Insulinsensivität. Denn der Körper will, dass die Muskeln genügend Energie zur Verfügung haben, wenn der nächste Reiz folgt durch das Training. Isst man am Abend keine Kohlenhydrate, ernährt sich aber sonst reich an Kohlenhydraten, führt dies auch zu Harndrang. Denn Kohlenhydrate binden ca. 3-4 Mal so viel Wasser an sich. Führt man keine zu sich und der Körper verbrennt aber welche, wird Wasser frei, welches an die Kohlenhydrate gebunden war. Dieses müssen wir zur Toilette bringen. Daher kann es Sinn machen, niedrig glykämische Produkte mit Kohlendrahten und etwas Salz als letzte Mahlzeit zu konsumieren. Ein Beispiel wäre süß oder normale Kartoffeln mit Salat z.B. Final sind Saunagänge ebenfalls Cardiotraining. Da das Herz permanent durch seine Schlagkraft den Druck in den Gefäßen aufrechterhalten muss, auch wenn die Arterie jetzt viel weiter gestellt sind durch die Wärme. Das hält das Herz-Kreislaufsystem einfach fit. Ursache Nummer 2. Stress, der so vehement ist, dass die Stresshormone auch nicht über Nacht abgebaut werden. Da es zu viele sind, diese führen dazu, dass der Körper in einer Alarmbereitschaft ist und verkrampft bzw. angespannt ist. Durch diese Anspannung kommt es ebenfalls zur Kontraktion der Muskulatur in der Blase und zur Verengung bzw. Voluminaabnahme. Daraus resultiert ein Harndrang deutlich öfter. Aber hier ist es sinnvoll, Saunagänge nicht stattfinden zu lassen. Denn diese erhöhen zunächst das Cortisol. Da es danach zwar eine Entspannungsphase gibt in der Sauna, dabei die Sauna aber erstmal zu Stress führt. Das zeigt diese Studie, wie nach der Sauna das Cortisol stieg. Dies ist für einen gesunden Körper in der Regel kein Problem. Ein Körper, der ohnehin überfordert ist mit der Konzentration von Catecholamin wie Adrenalin und Noradrenalin aus dem Nebennierenmark oder Cortisol aus der Nebennierenrinde. Der hat dann dementsprechend Probleme mit diesem extra on top noch Cortisol, welches induziert wird, primär erstmal durch die Sauna. Waldspaziergänge, diese haben gezeigt, dass sie statistisch signifikant den Cortisol-Spiegel, also den Stress-Hormon-Spiegel senken und das in Meta-Analysen, also aus vielen Studien zusammengefasst. Dies stellt momentan wissenschaftlich die beste Methode dar, zusammen auch mit Meditationen, seinen Stresspegel zu senken und zwar statistisch signifikant studienbasiert. Geht ihr auch gerne in den Wald? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, welche eure Methode ist, am besten um den Stress zu vermeiden. Das hilft sicherlich auch ganz vielen, die sonst noch die Kommentare lesen. Eine Art Zuckersucht und Alpha-Lipon-Säure-Mangel. Zucker wird in einigen Literaturquellen auch als Droge betitelt, da er gewisse Glückshormone ausschütten lässt. Das ist evolutionär zwar heutzutage rudimentär anzusehen, da wir nicht mehr glücklich sein müssen, wenn wir so hochkalorische Nahrung zu uns führen, da sie für fast jeden jederzeit zugänglich ist in Deutschland und uns eher schlechtes Gewissen beschert, aber nichtsdestotrotz reagiert unser Körper noch so evolutionär darauf. Unser Körper ist sehr stark anpassungsfähig. Wenn der Zuckerkonsum in einem nicht gesunden Maße stattfindet, wird der Körper sich anpassen. Das Herz zum Beispiel nutzt als primäre Energiequelle Fett. Stellt der Körper aufgrund eines Überangebots von Zucker und Unterangebots von guten Fetten um, auf einen Zuckerstoffwechsel, verfettet das Herz. Denn es verbraucht nicht mehr Fette, die es sonst verbrennt hätte, sondern den Zucker, das Fett verbleibt am Herzen, da es nicht mehr verbrannt wird, sondern jetzt primär Zucker genutzt wird. Das sieht man oft bei Kühen, die aus der Mast kommen, da sie Getreide und Zucker bekommen. Normal würden sie aber gesättigte Fette aus dem Gras, der Ballaststoffe genau genommen extrahieren, für ihre Energie. So wachsen sie aber zu langsam für den gierigen Schlund der Deutschen. Das ist nur ein Beispiel. Das Hirn ist ebenfalls sehr stark zuckerabhängig. Gewöhnt sich das Hirn durch das Essverhalten oder, wie oben schon erwähnt, durch eine Insulinsensivität daran, häufig am Tag diese Zuckerportionen zu bekommen, fehlt es dem Hirn in der Nacht so sehr, dass es dich weckt, um die Sucht zu stillen. Daher musst du nicht direkt auf WC, sondern hast Zuckerverlangen, ohne dass du es weißt und musst dann auch auf WC. Dies war aber eigentlich der sekundäre Grund. Es ist ein infantiles Verhaltensmuster, in das der Mensch zurückfällt. Denn Kleinkinder oder Säuglinge laufen zunächst sehr stark auf Zucker, Laktose, genau genommen, und das Hirn weckt sie alle paar Stunden. Da das Hirn unterzuckert ist, da es noch kaum Fettstoffwechsel kennt, das kenne ich allzu gut mit meinem kleinen Sohn momentan. Daher möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal Respekt zollen an alle Mütter da draußen. Wird der Wecker in der Nacht nicht durch den eigenen Körper ausgelöst, sondern durch einen anderen Menschen, korreliert die Sterbewahrscheinlichkeit natürlich nicht mit den zuvor gezeigten Zahlen, da der Körper ja in der Regel gesund ist und eher durch einen anderen Menschen geweckt wird. Nummer 4. Alpha-Liponsäure. Dieses Phänomen kann ebenfalls durch einen Mangel von Alpha-Liponsäure zustande kommen. Kann euch auch mal meins verlinken, welches mir sehr stark geholfen hat bei meinem Mangel. Ich erkläre es. Der Zuckerstoffwechsel ist stark abhängig von der Alpha-Liponsäure. Du kannst gute Blutzuckerwerte oder Insulinwerte haben und trotzdem funktioniert dein Zuckerstoffwechsel nicht optimal. Wenn der Zucker in die Zelle gelangt, durch das Insulin, wird dieser in der Glykolyse in 10 Schritten umgewandelt zu Pyruvat. Dieses muss dann weiter umgewandelt werden, damit es in den Kraftwerken verbrannt werden kann, zur Energie. Diese Energie heißt bei uns im Körper ATP. Dieser Schritt ist aber Alpha-Liponsäure abhängig und diese ist Vitamin B1 abhängig. Das bedeutet ganz konkret, auch wenn wenig Zucker im Blut ist und der Zucker für die Zelle zugänglich ist, kann es trotzdem sein, dass aus dem Zucker nicht genügend Energie gewonnen werden kann in den Kraftwerken. Denn der Körper braucht dafür die Alpha-Liponsäure, die das Zuckerabbauprodukt Acetyl-COA in die Mitochondrien und unsere Kraftwerke einschleust. Das führt dann im Hirn zu Problemen. Dass zwar genügend Zucker ankommt, das Hirn aber trotzdem zu wenig Energie daraus herstellen kann. Da Alpha-Liponsäure verbraucht wurde und so weckt das Hirn dich, dass es Nachschub braucht. Da erhöht Alpha-Liponsäure auch die Insulinsensivität in Goldstandardstudien. Wie kommt dieser Mangel zustande? Dies kann man viele Ursachen haben. Alpha-Liponsäure ist das einzige Antioxidant im Körper, welches Fett wie auch wasserlöslich ist. Daher kommt es überall hin im Körper, um Radikale zu puffern. Vom Zeh bis zum Hirn. Daher wird dieses auch sehr schnell verbraucht, wenn an einer Stelle sehr viele Sauerstoffradikale entstehen. Diese kommen durch einen ungesunden Lebensstil zustande, wie Rauchen, Stress, Schlafmangel, verarbeitete Lebensmittel, hocherhitzte Lebensmittel, wie gebraten in Fett und Öl und dies im Übermaß. Wenig Gemüse, wenig Obst und vor allem viele Schwermetalle. Denn Alpha-Liponsäure ist eins von zwei Molekülen neben dem Glutathion im Körper, welches die Fähigkeit besitzt, Schwermetalle auszuleiten bzw. zu binden. Das kann kein Ziolid, Chlorella und so weiter. Diese binden nur Stoffe im Darm, niemals im Körper und mobilisieren sie. Das ist ein Marketing-Trick. Das kann nur ausreichend Glutathion und Alpha-Liponsäure. Daher kommt es auch bei einer Schwermetallbelastung zu einem Mangel von Alpha-Liponsäure. Diesen Wert kann man ebenfalls messen. Und diesen Mangel sollte man unter allen Umständen beseitigen. Erstens, natürlich wegen deinem Schlafverhalten. Zweitens, wird man nicht genügend Alpha-Liponsäure haben, vergehrt man den Zucker. Das gilt für alle Kohlenhydrate. Zu Laktat, wie Krebs es macht. Laktat ist die Hauptnahrung von Krebszellen. Und zu schlechter Letzt, deine Zellen generieren jetzt 16 mal weniger Energie als mit genügend Alpha-Liponsäure. Es kann noch weitere Ursachen haben, wie Harnwegsinfektionen, Nierensteine, eine vergrößerte Prostatat, zu viel Wasser trinken oder bei der Umstellung auf Low-Carb-Ernährung, da man dann erstmal viel Wasser verliert. Da Kohlenhydrate binden ja diese Wasserfaktor 4 zu 1, habe ich gerade schon erklärt. So, das war's mit dem Video. Wenn es dir geholfen hat und ich dir einen Mehrwert bieten konnte, so kannst du mich herzlich unterstützen auf puracel.de. Dort findest du unabhängig laborgeprüfte Produkte made in Germany aus der Lebensmittelbranche, Nahrungsergänzmittelbranche sowie Pflegeprodukte. Alles höchst wissenschaftlich konzipiert. Bis gleich auf puracel.de und Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.